Katja ist nicht so eine, die sagt, du musst dich an den Text halten, du musst es so und so machen. Wenn ich sage, ich glaube, so würde das niemand sagen, dann würde sie mit mir über diese Szene reden und dann würden wir uns schon einig werden. Also sie ist da relativ easy.